So, was machen wir da jetzt? Äh... Bleib bei dem! Bei meiner! Ich steck auf die Igler um, ich glaub das ist sinnvoller da. Spawn mal bei Delta. Bei Delta gibt's doch ein Fahrzeug da hinten irgendwo draußen, oder? Ah, bitte! Ich probier mich wieder mal als Pilot, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Wow, wow, wow! Schon voll unter Beschuss, was ist denn das da für ein Schmarrnzein? Ich steck ganz kurz aus, sind ein paar Minen da, zur Kanten. Ja, mach das mal. Du hast doch was veressen, die Handbremse anzuziehen. Ah, verdammt, da ist immer diese Billigfahrzeuge da. Nein, weißt du was, fahrt ihr mal da. Ich steck da aus. Ich will mich mal mit dem Hubschrauber da kümmern. Wo ist er denn? Ah, da ist die Venom, die stürzt gerade ab. Ja, dann gehen wir zu Fuß da Richtung Bravo. Oh, snap, 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 snap. Oh, oben im Haus da bei Bravo, äh, vor Bravo, da wo... Jaaa, dann... ...dass ich mich anschauen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hilfe bei Kinn. Da ziehst du eine Spawnback da, ha? Ich geh mal schauen. Na, hier nix. Da liegt ja der Bursche. Haha. Das ist die M4A1, die mag ich auch gern. Recht von dem Pfandball. Da hat's von euch wie ein Medipack dabei wahrscheinlich nicht, gell. Naaa. Drei Pioniere, ein... ...ein Versorger. Aber lieber Versorger, wo bist du eigentlich? Ich bräuch hier ein bisschen Muniz... Oha. Ah, warte. Da, um die Ecke ist ein Panzer. Ah, den hab ich gerade... Hilfe bei Kinn. Ah, wer hat den jetzt wieder abgeknallt? Verdammt, ich noch mal. Ich bin so ein Knaller. Du bist ein Victor. Wurde gerade erfasst. Scheiße. Da bist du mit dem BMW unterwegs, oder was? Ja. Ich kann dir eins hinlegen, oder? Da. Da. Ah, ich bin tot, im ersten Stock oben. Im ersten Stock. Die sind da drin. Bei dem Gebäude, wo der Bucky davor steht. Ich spawn noch mal da. Ich liebe es wieder, dass kein Sound da ist. Ich bin auch gespannt, ob das... Ich bin auch gespannt, ob das... Ob das da... Ob sie die Soundpacks verheben? ...besser im Griff haben. Ja, also ich glaube eher, dass diese Soundpacks einfach schon Speicherproblem sind. Dass einfach die Konsole zu wenig Speicher hat dafür. So, in Richtung Alpha, bitte. Wow, die geht aber schnell. Ja. Hab ich das da angefreckt, oder was? Ist der nicht tot? Gibt's ja wohl nicht. Ah, Doppelkill, jawohl. Der E-Trolls und der X-Trolls. Hab ich alle beide gleichzeitig gezogen? Wow, das ist noch einer. Ah. Das ist das Knäff. Mit dem haben wir auch schon ein Duell gehabt. Jetzt war der Sniper, glaube ich, den da rausgeschossen hat. Danke. Oh, da sind nur ein Haufen Feinde. Was ist denn da los? Ungefreckt. Ah, toll. Was schießt denn da? Mecki, Mecki, das sind wir. Vorsicht. Echt? Ich sehe keiner. Oh, die sind da. Oh, die sind da. Ich sehe nur unsere eigenen. So, ja. Das ist auch ein Feind mehr. Aber irgendwas schießt hier. Ja, die sind da. Aber die ist gleich weg. Und tschüss. Na, jetzt schießt mich. Jawohl. Was ist wieder der Y-Trolls? Wo ist denn der Hubsarbeit hin? Irgendwo weit auf der Hubsarbeit. Ich habe abgeschossen. Ah, brav. Ich meine, bin ich nicht ganz umsonst. Ein bisschen was tue ich schon auch. Ah, die Munition herum. Das ist aber nett. Ja, die habe ich auch hingelegt. Ich weiß. Du bist da. Du hast da fette Punkte bekommen. Aha. Ah, warte, da kommt der zu euch. Wo? Ich probiere es gerade selber, aber das ist irgendwie... Wo schießt denn du hin? Ich glaube der Kambo, der jagt gerade Robben oder irgend sowas. Nein, da ist ein Boot gewesen. Ah, Booter sind Blödsinn. Meilenweit ist da kein Boot. Meine Brille aufsitzen da. Unglaublich. Wo sind denn jetzt alle? Keine Ahnung, alle weg. Haben die alle ausgestiegen? Nein, das Boot ja selber. Warten die alle auf dem Hubschauer wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gehen die alle auf die Hubschauer. Vor allem, jetzt sind wir wie auf die Viper wahrscheinlich. Aber D blinkert, gell? Was, D? Wir sind weischt da. Fahrrad blinken. Chauffeur, bitte zu D bringen. Geht schon, geht schon. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Nein, das ist schon richtig D. Ich gebe euch Luftunterstützung noch, gell? Aha, genau. Ist schon klar. Ja. Ja. Deine Luftunterstützung kennen wir. Ja. Ja, genau sind die Punkte, ja. Ich fahr euch mal schnell auf die Birne. Fahr mal so in Schale, da ist auch nix, oder? Langweilig. Nein. Ja, Delta pfeift, Delta. Dann hauen wir doch mal rein hier. Oh, da war jemand. Am Dach, am Dach, am Dach, am Dach. Am Dach. Ist der Gaus, ich gehe da raus. Uh, der sieht mich, glaube ich. Lucky nade. Ja, der sitzt. Lucky nade ist er nade. Gezielte nade. Batsch, weg ist er. Hehehe. Enemy AT-Soldier. IMD AT-Soldier spotted. Schauen wir mal rein, wo oben ist. Der ist dort. Gut. Nein, natürlich. Mann. Achso, mir hat das ein anderer gezogen. Achso. Am Hochhaus natürlich sind Sniper, gell. Könnt sich ja hier ausrechnen. Ähm. Spann ich bei Charlie, weil bei Delta, da geht jetzt doch bei uns gerade der Krieg ab. Wo Krieg ist, müssen wir hin, oder? Genau so ist es. Mitten rein ins Getümmel. Oh oh. Hahaha. Wieder hat er bei deinem Ding da weggesnackt. Nein, das war alles gut, weil ich hab gerade nach oben geschaut, nämlich weil ich die Sniper suchen wollte. Und da taucht er auf einmal von mir auf. Oh, hey. Ich sag doch, allen jemanden von uns erwische ich noch. Was ist da los? Wo liegt der Jet herum? Gebrauchter Jet. Renovierungsbedürftig. Günstig abzugeben. Halt die, reparier die mal ein bisschen. Ja, mach das mal. Sehr freundlich. Bitte gerne. Gibt's, wenn's nicht mehr so. Ab links geht's. Ah, ja, ist ja ganz woanders jetzt. Aha. Der Taxi steht da. Oh, da sind Sniper. Da sind, oder irgendwas auch immer. Da am Kran heroben bei Delta. Oh, hab ich erwischt. Na bitte. Fahrzeug zerstört Gegner. Achso, nein, das ist was anderes. Aber Mine. Moment, der hat am Kran selber... Da oben sind wirklich nur Sniper. Warte, bleib mal ganz kurz schnell bitte. Nein, den am Kran habe ich. Das ist ein von dem... Ah, den hast du ja schon fast. Ja, den am Auslieger habe, genau. Ich bin sicher, ob da hinten nicht einer ist, aber nein. Doch, da unten ist noch ein Sniper. Auf der Plattform unten dabei. Ach, komm her da. Ah. Warte, reparieren. Bleib sitzen. Ha. Gegner eliminiert. Ich hab mal was getroffen. Da hast du keinen Rauch, nicht? Rauch? Ah ja. Na ja, dann. Das hilft gegen die... Du musst tatsächlich wieder kiffen oder los. Die Kommis oder Räten da. Ja, man braucht schon wieder einen Rauch. Ein Hedi kommt aus Südwesten. Ganz hoch. Ja, sehr gerne. So, komm mal her da. Als Stoßes da mit zwei Deppen. Das hab ich jetzt auch gar gesehen. Da erschreckt mir das Band auf einmal hinter mir, weil ich gerade in die Richtung drehe. Du, Kambuja, schau mal auf den Kran, der da vor uns ist. Und zwar auf die Plattform, auf die da. Siehst du das? Die unterste Plattform. Mit deinem Rätsel, du. Fahre wir gerne weiter. Dann können wir drücken. Ich glaube auch ein Punkt da. Da ist aber einer, oder? Weil ich seh du was blüht. Ach so. Ah, irgendwo am Hine. Warte, ich repariere den. Oh, von hinten. Ah, da sind Leute meistens. Irgendwo wo recht. War aber ne kurze Runde. Ja, aber lustig. Uh, zweite Zeit. Das hab ich auch schon lange nicht mehr gehabt. 1 zu 0. Hätten wir Fußball da spielen können. Na, Eishockey ist besser. Ja, aber 1 zu 0, wenn man Eishockey selbst fährt, oder? Na. 1 zu 0 schon. Ja. Sorry, weil es mir unsere Laden durchforsten, ob es irgendwas von Knappern gibt. Verstehst du, meine Frau ist bei ihrer Schwester den ganzen Tisch voll mit Chips an als möglich und ich hab nichts zu Hause. Das war das lustige Bild. So, jetzt geh ich mal schauen. Moment.